Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Ja, der hat auch bei uns im Haus gearbeitet. Bei dem sind hoch, anscheinend mindestens 32 Grad. Der schwitzt wie Sau. So, Krassi Baby. Mir geht es jetzt hier los. Nein, Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohl auf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Was? Ist das nicht doppelt gemoppelt? Naja. Komm, was macht hier schon Sinn? Es ist Resident Evil. Ansonsten sind wir wie ein Salzgitter. Umbrella. Ciao. Okay. Bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer Besten. Die letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Jetzt. Äh... Wie war denn... Oh nein! Wie war denn Messern? Kann ich überhaupt Messern? Wie? Oh Gott, die Steuerung, Alter. Äh... Ich muss mal ganz kurz... Ah, okay. Vier... Aha... Aha... Okay, Granaten haben wir. Das haben wir, das haben wir. Nichts. Thor ist Hammer! Haha... Thor ist Hammer. Weißt du Bescheid? Da weißt du Bescheid. Messer. Zack. Gut. Ähm... Oder auch nicht. Ein bisschen Schiss. Na ja. Dann wollen wir mal. Sehr schön. Jetzt wieder runter. Ah... Mal gucken. Wird wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich spring mal runter. Uuuhu! Uuuhh! Uuuh! Da geht's ja los! Oh Scheiße! Uuhh! Uuuhh! Uuuh! Uuuh! Uuhh! Uuhh! Uuuuh! Uuh! Uuuh! Ja, weißt du bescheid. Das hätte ich gerne vorher mal gekonnt. Oh, ich schieße hier wie eine Pfeife, ey. Bam. In your face. In your face. Ja, Benny, und wenn du jetzt wieder wegen meinem Aim rumholst, du Arsch, Alter. Sei du mal hier. So, wunderschön. Ganz toll. Haben wir nicht eine Taschenlampe oder irgend so etwas? Nö, haben wir nicht. Unsere Mission sind Lukas ergreifen und die drei vermissten Soldaten finden. Ja, na gut. Die Sounds sind ja wieder herzallerliebste, ey. Hallo? Was war es, was Lukas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentiert ihr mit einem Typ E-Mutter-Mythet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Der kleine Psycho-Sohn, ja. Der experimentiert hier mit Viren, ja. Der Typ, der dich hier in einer Geboza-Torte einschließt. Der ist jetzt der Virenforscher hier, ja. Und der große... Och, komm mal, Alter. Resident Evil. Ich hör da trabsten. So. Keine Munition, kein nichts hier zu finden. Nur der Tod. Äh, sieht alles nicht gut aus hier. Sieht alles nicht gut aus, Benny. Was war das? Eine Granate wahrscheinlich, wa? Eine Granate! Sehr schön. Habe ich schon hier schon mal jemals Granaten geworfen in diesem Spiel? Kann mich nicht daran erinnern. Bestimmt auch wieder total toll gehen. Ah, okay. Naja. Junge, was ist los? Also ich sah, ich habe schon zwei Pfunden. Kann ich das mal speichern, oder? Ich möchte speichern. Bitte speichern. Junge, komm, ich helfe dir. Blinken bei dir so. Du lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab' noch nicht geholfen. What? Wie? Oh, das würde ich nicht... Nein, du... Schießt. Du kannst natürlich versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abrachten. Meine Hand könnte ausrutschen. Oh! Oh! Also ist noch so, Chris. Oh, du wechseln. Und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke helfen. Oh! Und das gleich gilt für einen Soldatenfreunde. Mein Kopf? Wie tut ihm nicht schon ein Handgelenk? Oh, du wirst zu einem qualvollen Tod sterben, mein Freund. Was hat er? Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E-Mutapizid. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. What? What? Wie? Oh, komm, echt jetzt? Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Losse. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Aha. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Äh, ja, keine Zeit. Natürlich hast du keine Zeit. Du musst natürlich mit einer Bombe am Handgelenk rumlaufen. Oh, wohl. Was sind das schon mehr für eine Scheiße? Schon mehr so'n Scheiße. Okay, nur durch. Jetzt haben wir hier. Hier haben wir ja nichts. Hallo? Huh. In your face. In your face, mein Freund. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Mein Sauerstofftank ist auf 50%. Nein! Oh, scheiße. Uh, okay. Chris, wir haben jetzt die von Lucas angefangenen Daten analysiert. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evi an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. An die Connections. Ihr wollt ihn sicherlich rekrutieren? Chris, wie oft denn los? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wär ich nicht hier. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, mit Amweiler zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein, viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Wie du meinst. Ich sag mal, wie es ist. Das sieht nicht gut aus da vorne. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir hier nicht. Ja. Okay. Oh, da drüben. Was ist das? Munition. Da drüben liegt Munition. Was ich mich erinnern kann, war grün doch, glaube ich, irgendwie Shotgun, oder? Flinten-Munition. Ah, hab ich doch recht gehabt. Okay, könnt ihr doch so rumgehen können. Gut. Das, ähm, ja. Naja. Ah. Ach, komm, Alter. Oh, eine Truhe. Schön, 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 schön. Eine Truhe. Äh. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, gut. Ich werde definitiv nicht diesen Knopf drücken. Ah, guck mal, der Eurotunnel wird hier auch noch ein bisschen gebaut. Schön. Ich würde mich mal erstmal kurz umsehen nochmal. Ah, okay. Okay, 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 okay. Die Frage ist, was ist hier drin? Steroid. Ah, ich weiß nicht mehr wirklich, was die Steroide machen. Das war, glaube ich, so ein Dauerhafter Ding, wa? Ah, fünf Münzen und drei Münzen. Okay. Na gut. So, ich sehe hier drei Tore. Und aus drei Toren wird bestimmt eine Menge Scheiße gleich rauskommen. Bin ich bereit dafür? Nein, bin ich nicht. Aber wir tun's. Ja, weil Zeug... Ach, das ist ein Schlüsselloch da oben. Alles klar. Ich dachte, ich soll hier die Clowns Nase drücken. Ja, wahrscheinlich werde ich den Schlüssel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt übersehen haben. Irgendwo. So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schalüsse, Schalüsse, Schalüsse. Okay, alles klar. Denn doch anders als gedacht. Na, okay. Naja, echt jetzt, ja? Ah, wie viel Mun habe ich? 21 Schuss. Die sind beim ersten Munster schon wegweg. So, daneben Baller. So. Ich hoffe, jetzt ist nicht jeder zweite Raum hier verseucht, irgendwie, dass ich da durchhasten muss. Hallo? Hallo? E-Beams. E-Beams. Äh. Wer macht denn die Türe mal hinter mir zu? Oh, hallo? Oh, das sieht alles so nicht unbedingt vertrauenserweckend aus. Nein, fasst es nicht an. Na. Ja, ja, schon. Der erste Seuchenraum. So, hier wird wahrscheinlich ein Schlüssel, hier wird ein Schlüssel brauchen. Ja. Käse. Na, dann schauen wir hier mal rein. Guten Tag. Hm. Gott. Oh, 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 okay. Okay, das würde ich also noch nix. Wir brachten noch einen anderen Filter. Ach, du Scheiße. Ist ja wie bei The Vision. Ach je. Na gut. Also zurück. Probieren wir nochmal. Tor zwei. Oh, nee, hier ist überall so eine ekelscheiße. Oh, nee. Oh, nee. Ach, wie toll, Alter. Warte, bin ich dankbar, hier zu sein, Benni. Oh, ey, nicht, dass hier Mutter nochmal kommt. Mutter! Was? Das ist ein Kumpel von mir. Junge, was ist mit dir passiert? Ach. Ist jemand da? Ja, Mann, hier. Ich bin's. Dein Kumpel. Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. Ich würde nie einen retten, aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube, er würde es nicht schaffen. Nicht, weil es doch nicht so gescriptet ist, weil ich einfach zu dussel bin, ihn da rauszuholen, wahrscheinlich. Okay. Ja, ich gehe zu der Tür mit dem roten, leuchtenden Licht. Oder orange. Wir sind Hitte. Nee, in Verrschung. Nee. Hallö, Lilly. Hallö. Na gut. Was haben wir denn hier? Ah. Ah. Äh, ist relativ ruhig. Also, wird auf jeden Fall jetzt mal irgendwas passieren. Das ist schon viel zu lange ruhig. Mhm. Ja, das ist bestimmt keine Falle. Igitt. In your face, bitch. In your face. In your face. There's a tension of you. Hold on. Hold on. Okay. das aber verstehe verstehe das messer ist ja mal ein scheiß alter so okay ach tschuss alter alles verballert ja mann hier die sound of the enemies war das hier nur enemy fast angst weg jetzt hier noch mal unten schlüssel ohne oder noch mal irgendwas aktivieren nicht das geht schon wenn die scheiße träger ja das dachte ich mir doch ja natürlich also muss sagen der messerkampf gestaltet sich hier sehr 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 schwierig irgendwie also ich bin einfach an oder ich bin einfach zu lange raus wahrscheinlich wird wo ihr sein wird nervengift ich bitte nervengift handgranate ok kurbel so jetzt bestimmt noch irgendetwas geben lasst doch mal faddy hier noch ein bisschen looten ah ok ah diese zu raun die polter mit den was ist das hier ein zahnrad ok ich schon irgendwo etwas wo ich ein zahnrad benutzen kann naja hier werden wir bestimmt eine münze brauchen es fehlt ach so ok was für ein schwach sein alter so und als der typ der vorhin hochgezogen hat der hat schnell die kurbel und das zahnrad versteckt während ich mich um ihn dreht habe und ihn nicht gesehen habe ja tut mir leid da muss ich jetzt leider mal sagen da du wichser wo nach der scheiße äh ja ne klar ramrods brauche ich schön dass ich zwei granaten aufgeworfen habe das freut mich ok dann mach aber mal schnell sechs schuss und er ist weg nein es war noch da wer hätte gedacht nein ich habe diesen beschissenen schlussendlich mit dir noch mal naja schön da ist er ja ja komm mal her mein kleiner oh der ist schnell oh der ist ganz schön schnell oh ich will einfach die schlüssel ich will einfach nur die schlüssel oh nein er kommt so aber jetzt junge kombi kohle raus das ist doch alle der falle ich sehe da kommen jetzt ist alles gut will doch nur dass du das denkst ich bin nur der köder und du bist darauf reingefallen was und das bin jetzt aber auch schon sehr früh oh Mist nimm mir einen filter von meiner maske schnell dann stirbst du ich bin sowieso tot oh Gott ja na dann würde ich sagen nehme ich jetzt mal doch den filter und zwei nehm ich filter alter nehm ich filter oh Scheiße ja da guckt es mich an das hausvolle Auge oh Scheiße na ist das toll ist das was fein ach Gott nee wieso toll hier super ganz toll also ich selbst noch nicht dass ich den leben kriege so aber wir können jetzt dieses tor öffnen konnten wir davor schauen aber jetzt können wir da auch eingehen weil wir haben den filter ja das ist natürlich ein bisschen angenehmer was scheiß Minen ey Na, komm mal ran, mein Großer Nein! Und? Oh, kein Gefischt! Ziel, konnte nicht beschädigt werden, das ist ja super. Also wahr ist das auch mit dieser Ecke hier. Dann also erstmal durch das graue Tor. Echt jetzt? Night Vision? Ja, wo soll ich denn das jetzt herkriegen? Wo bekomme ich denn das jetzt bitte her? Äh, okay. Hm. Irgend so was da? Nö. Nö. Hab ich natürlich nicht. Tja. Was mach ich denn? Vor Schreck. Was tun wir denn, was tun wir denn ins Position? Ja, Pistole, Munition. Dann muss ich ja irgendwie an dem vorbei, aber wie? Das wird bestimmt hier vorne gehen. Naja, wir gucken mal. 나타�ina mal. Nein. Nichts. Okay. Also muss ich. Ja. Nee. Oh Gott, ich seh da jetzt schon, dann verruf ich mich doch. Ich seh doch, komm. Tja, da geht da die Scheiße schon los, Alter, ich hab kein... Oh Gott, Alter. Na, so, da fickt man das doch schon. Nein, lass mich vorbei. Ja, hau ab. Ja. Das ist doch scheiße. Das ist doch alles scheiße. Oh Gott. Tschüss. Das hier für uns mal... Ramrods, hier haben wir die Ramrods. Gut. Nachtsicht hält. Sehr schön. Ja, ist ja gar nicht mal so schön. Super. Erst jetzt, ja. Ach du Scheiße. Und, Clarus, darling? Ja, das ist ja super. Ein schön tiefes Loch. Ach, ich weiß nicht. So eine Scheiße. Ach du Scheiße. Dümmste Idee ever. Ja, schön. Ach nee, ist das jetzt hier so ein Chess-Puzzle hier oder was? Hm, okay. Jetzt, na dann schauen wir mal, wo eine Kombi finden dafür. Ach Gott. Komm, hör auf, ey. Das ist ja nicht gut hier. Keine Stromversorgung. Ach, Scheiße. So, das heißt, ich muss das jetzt hier alles auspuzzeln. Hm. 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 Und dann ist der noch hoch, Herr Witt. Aha. Gigi. Oh, Facehucker, ey. Nein. Mein Messer. Wo ist der Penner? Tja, manchmal hilft einfach nur die Flucht. Hau, geh mir ab. Hm, ja, die ist ja super. Schön mit den Ramrods. Soll ich nochmal sagen, schalten wir erstmal auf die Andermoon. So eine Kacke, ey. Echt? Jetzt überall? Tja, ey. Freunde. Tja, der scheinte zu sein. Tönisch Pisch. Ah, scheiße, nein. Ah, jetzt hast du davon. Was ist denn ein Scheiß? Was war das denn? Wenn ich langsame Wege und geduckt bin. Okay, jetzt. Okay. Ach, Mann, Benni eh. Hm. Hm. Aha, kommen und gehen also. Tja, schaffe ich es an ihm vorbei zu rennen? Hm. Hm. Jo. Shit. Ach, du Kacker, Alter. Oh, nee. Okay, wenigstens. Sorry, Keynotes. Ein halbwegs humaner Checkpoint. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Das wird nichts. Ja, dann machen wir mal. Ah, okay. Okay, 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 okay. Hm. Die Frage ist jetzt natürlich, wo soll ich denn lang gehen? Wir können keinen anderen Weg raus. Wir können ihn nicht tief rein zwei. Der ist die Frage. Der ist das nicht sicher. Der ist das nicht aquest. Wenn nicht los geht, dann nach oben nicht zu sein. Wenn nicht. Wenn nicht los geht, dann lazım. Toll, hier kommt es nicht durch. Hm. okay ich weiß jetzt nicht hätten naja man hätten wahrscheinlich auch allein über die fässer töten können aber ich habe noch nicht so wirklich durchsehen wer hier so ein alpha ist das ist bestimmt ein alpha oh shit ja ist ja toll jetzt bin ich in dieser scheiße hier hinten mhm mhm faser makas okay also hier ist jetzt mal der ausgang gott so wie ich ja jetzt übersehen seien es nicht weiter hier ist schon eine kluft tja ich hoffe ich habe das gefunden dann schauen wir mal hier rein macht es wirklich nicht besser was wie wo was ist passiert ja ganz toll okay ja klasse okay es gibt also fallen ach man ein antikes münzlein nein ach das ist ja eine scheiße hier eh äh jaja 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 Ah, zwei Remrods. Naja. Okay. Ach, okay. Stolper dreht er auch noch, oh man. Ach, nö. So eine Scheiße. Okay. Okay. Scheiße, hat er durchschieben oder was? Immer wieder scheißbeunruhend. Von der anderen Seite verschlossen. Woaah! Okay. Okay. Oh Gott. Ja. Wer baut denn hier so eine Schiene? Ah, Mann. Nee. äh, das hätte ich vielleicht anders machen müssen ne schiebt mal schön, ist wirklich scheiße hmm, schöne Einkaufswaren bei Rewe ja, voll gepackt mit feinen Fleischartikeln was? Ballons ja nö, ist klar, Ballons Hahahaha ach, scheiße, ey okay, aufpassen wir mal zu Händen die Dorn Ja, ne Oh, kurz geht nur jetzt hier hin Hier bitte was Hallo Hallo Ja, nicht wirklich Oh nein Oh, nicht der wieder Ach je Das kann ja wie eine Shooter heißen Dexter Munition heißt, dass du sie benutzen Kann ich nicht öffnen Das ist hier noch irgendein scheiß Ballon mit Nägeln drin Oh Gott, ey Kleinschlöse Ach, wunderschöse Ach, wunderschöse Was Was Oh Scheiße, bist wie Das war jetzt mal eine richtig dumme Idee Okay Na ja, gut Ach, du scheiße Erste Clownstür Was macht hier Das kann doch nicht Shooter taisen Wie bitte Ja, ne Super Ach, scheiße Ach, scheiße Dies ist der Auftrag Ethan Hunt Sollten sie ihn annehmen Hey Geht's dir gut Haltet durch Bin unterwegs Was 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 ist denn das Ach, komm, Alter Ihm Und er liegt natürlich genau Über so einem scheiß Abgrund Ach, komm, hör auf Kann er nicht werden Ach 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 Ja, ich glaube Sinnvoller wäre Das wirklich Alles wegzuballern Aber Da Wo die Handchen Für Munition Aufgehen oder eine granate aber oder mehrere aber komm nie das ist es kann doch nur eine falle sein nicht anfassen das muss ich dann wirklich ballern so kombinieren ok na gut kommt ja dann kommen wir zu dir Das ist so Bewegungsstahl und voll gespickt man Sprengfallen oder so eine scheiße 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 Oh Okay Okay Würde ich jetzt weiter anders machen können Also mal angenommen Mal angenommen, wie sprengen die hier irgendwie in die Luft Na ja, dann liegt er doch drauf Ah, okay Jetzt ist es wahrscheinlich die Entity, die ich in die Luft haben darf Ja, oder auch nicht Stimmt Na ja, klar Okay Cool 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 Ah, keine Angst Hey Hey Hey, bist du noch bei uns? Ja Ja Du bist's Danke Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen Ich glaube, wir kommen hier raus Ich glaube, du musst gleich sterben Wir müssen hier raus Ach Hier drüben Da oben Kommen wir raus Scheiße Das darf nicht wahr sein Scheiße 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 Geben wir das Teil ab Nein Ach Kacke, Alter Ich weiß nicht, wie's dir geht, Christopher Aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen Drei Männer, Lucas Drei meiner Männer sind wegen dir tot Das endet Das endet Und zwar sofort Ich glaube nicht In einer Minute sind es vier tote Soldaten Du wirst scheitern Und dann wirst du sterben Okay Wir haben hier wohl ein Problem Sind dran, Chris Geh zurück zur Haupttür und warte auf weitere Anweisungen Lass mich nicht hängen Anweisungen Entfernen Das Entfernen Ein Am Verdammel Entfernen 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 der Entfernen Okay, man. Durch das Rote Tor. 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 okay. durch das Rote Tor. durch das Rote Tor. durch das Rote Tor. okay. durch das Rote Tor. 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 das Rote Tor. durch 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 das Rote Tor. das Rote Tor. durch 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 das Rote Tor.